Hangbird gibt es zurzeit direkt bei uns auf der Internetseite hangbird.net und das wird dann ja jeweils für den Kunden auch speziell zusammengestellt, also Breite, Länge, Holzfarbe und Seilfarbe und dann bequem nach Hause geliefert. Wird es in naher Zukunft auch so sein, dass ich das in Möbelfachgeschäften bekomme? Planen Sie da weiter? Wir sind auf der Suche nach Händler und Kooperationspartner, also dieser Weg ist durchaus denkbar in Zukunft, ja. Dabei wünsche ich Ihnen viel Glück. Herzlichen Dank. Danke. Wiederschön.